... das Weg zu überzeugen und auch hier im Training präsentierte besonders Natalia sich in einer schwachen Form, aber als es drauf ankam, da waren die beiden wieder eine Extraklasse für sich und ich wünsche es Ihnen, dass Sie auch heute Abend eine exzellente Vorstellung bieten werden. Es geht mit einem Patzer beim dreifachen Toe Loop los und wiederum war es Natalia, die da Probleme hatte. Applaus 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 Das kann die beiden die Goldmedaille kosten, wiederum der Achsel, nur einfach gesprungen. Jetzt darf wirklich nichts mehr passieren, sonst ist der Traum vom olympischen Gold ausgeträumt. Applaus 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 Applaus